Und ich habe mir dieses Video nochmal angeschaut von Basti, 20 Kopfhörer von 40 bis 400 Euro. Ja, sehr gut. Ein großer Hit auf YouTube. Dieses Video ist das Einzige, was Geld verdient auf YouTube. Sehr gut, ja. Weil es ist relativ offensichtlich, was YouTube dort macht. Weil das hat einen manuell bearbeiteten Thumbnail und die Kommentare sind offen und das wird geguckt, also wird es empfohlen und deswegen wird es generiertes Geld. Und ich habe Werbung eingeschaltet auf dem Ding. Und das Video ist jetzt, ich weiß nicht, zwei Jahre alt oder so. Also tierisch viel tut sich ja auch nicht auf dem Kopfhörermarkt. Was sich da tut, das will ich alles gar nicht sehen. Ich will keine Truly Wireless, weil das ist alles, ne, das ist, das kannst du alles gerne ausprobieren, aber ich verlasse mich auf die, auf die, weißt du, auf die abgehangenen Sachen. Was, was? Nein, nein, nein. Was, hm? Ich möchte einfach mit jedem Satz dementieren, dass sich da nichts tut auf dem Markt, aber. Was tut sich denn? Was hätte ich denn nehmen sollen? Ja, das Problem. Was hast du denn genommen? Du, also du hast ja dieses sehr individuelle Kopfformproblem, dass so nichts ist mit deinem Kopf kompatibel und, also vielleicht hast du für deine, für deine, für deinen Anführungszeichen den idealen Kopfhörer gewählt. Also ich habe mir einmal besorgt den Sennheiser Momentum Wireless 2, der ist, war damals bei deiner Auswahl, war das der, 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 der rechts oben mit den schönsten Lederpolstern und dem akzeptablen Noise Cancelling. Und vor allem dem, dem besten, also ernsthaft dem besten Tragekomfort für, äh, für meinen, für meinen Kopf. Der passt zufällig auch für meinen Kopf. Der hat oben so einen Lederbügel, der, und die Stelle, wo man ihn verstellt, ist halt an den Muscheln und nicht wie die Sonys, die die Verstellung hier oben in der Mitte vom Bügel haben. Das passt für mich nicht, das, das geht nicht, das, das kann ich nicht tragen. Ich habe mir ja mal deinen, wie heißt der, Sony 1000 MX... XM2. XM1 ausgeliehen damals noch. Möglich, 1000X, ja genau. Ja. Der war okay, der hat, der hat auch diese Features mit Hand draufhalten und dann geht das Mikro auf oder zu und Umgebung und lala, das brauche ich alles nicht. Ich will den hauptsächlich, ähm, nicht unterwegs tragen, sondern den will ich tragen am, ähm, wenn ich am Mac sitze und arbeite, will ich da ein bisschen Umgebungsgeräusch filtern und ich will ordentlichen Sound haben. Und ich will ihn vielleicht sogar verkabelt benutzen und nicht am Funk. Aber das, äh, wird sich dann noch ein bisschen zeigen. Jetzt ist es eine, eine noch offene Frage, welchen Kodex der wirklich, wirklich spricht. Kannst du mal schauen, ob der jetzt ARC auf dem iPhone spricht oder nicht? Irgendwann aber eh. Ja, weil ich hab das Gefühl, also der Klang grundsätzlich ist sehr, sehr nett, der ist nicht so krass basslastig wie diese ganzen anderen, äh, Geschichten, die wir so gehört haben. Also nicht wie der HomePod, nicht wie die Beats, sondern der hat einen relativ neutralen Klang, vielleicht fast schon ein bisschen mit den Höhen betont. Und, aber insgesamt recht neutral und das sagt mir sehr zu. Man kann mit dem sehr gut, äh, Filme hören und, äh, Gesprochenes hören und auch Musik hören. Und der macht halt genau dieses Problem, was man bei vielen anderen Kopfhörern hat, dass, dass halt entweder die Höhen zu dünn sind oder die Bässe zu fett und dann dieses bisschen von den Höhen auffressen. Das macht er halt gerade nicht. Der macht das sehr nett. Also die, äh, das Gerät, das sich Bedingungsanleitung schimpft, sagt, es kann aptX und sonst nix. Genau, aptX und SBC, oder? Ja. Ja. Das heißt, der spricht mit dem iPhone SBC und ich bilde mir ein, ich höre da auch Blödsinn. Ja, das könnte sein. Also das, wenn du so einen Song raussuchst, der sowieso schon am oberen Ende von den 255 Bits irgendwie liegt, dann geht das da auch so in einen Bereich, wo es irgendwie nicht schön wird. Also auch der Decoder, der da drin ist oder der SBC-Encoder auf dem iPhone, die, das wird nicht gut. Ja, also irgendwo ist da gerade mit dem iPhone ein bisschen Schluss. Also gerade fürs iPhone würde ich ihn deswegen möglicherweise nicht empfehlen, weil, oder es ist euch wurscht, ja, und ihr nehmt einen Song. Ähm, wenn ich mir diesen Titel merken könnte, dann, es ist, nicht, dass ich jetzt den Song gut fände, aber der eignet sich zum Testen sehr gut und zwar ist das von Beyoncé, der heißt, der heißt, gleich, was ist dein Lieblingssong von Beyoncé? Natürlich All the Single Ladies und ich stelle mir gerade vor, wie du da oben durch, durch die Wohnung hüpfst in deinen Hotpants. Genau, ne, der Song heißt Drunk in Love und der ist so auf 110 Prozent Bass abgemixt und an dem gehen so viele Lautsprecher so wundervoll kaputt. Der ist, der ist einfach, mit dem HomePod zerlegst du einfach dein Haus und das von den Nachbarn. Das ist sehr gut. Wenn du die Beats aufsetzt bei dem Song, dann hast du keinen Kopf mehr und bei dem Sennheiser hast du halt so dieses Gekratze oben, wo halt die Beats auf 257 hoch wollen und nicht können. So, er spricht aber Abt-X, der Mac spricht auch Abt-X, das kann man auch nachsehen in dem Bluetooth, wenn du im Bluetooth-Menü mit Alt geklickt hast oder ist es im Sound-Menü? Im Bluetooth-Menü, während Musik spielt. Ja, während Musik spielt und Zeug, dann siehst du dort, dass der Mac Abt-X ausgibt und dann ist das auch in Ordnung. Was auch funktioniert und was auch in Ordnung ist, du kannst den als USB-Soundkarte an deinen Mac stecken, also USB-Kabel, Micro-USB in den Kopfhörer und in den USB vom Mac rein, dann erscheint der als Soundkarte und kann dann eben als Soundkarte benutzt werden. Kannst du ihn denn auch mit einem Lightning-auf-Micro-USB-Kabel an dein iPhone anschließen? Nee. Schade eigentlich, bist du sicher? Das gibt's nicht, dieses Kabel. Du kannst ja den Lightning auf USB und dann USB auf Micro, ne? Das geht eventuell, wenn da genug Strom kommt. Hm. Alex, hast du das schon mal versucht? Ein USB-Kopfhörer an das iPad zu stecken? Hm. Hm. Nee. Alex, keine Sorge. Was reden die Idioten da? Nein, 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 ich verstehe das Problem komplett, aber das müsste ja dann USB-C sein. Oder Lightning irgendein. Also, Lightning, es gibt ja einen, also daran denke ich die ganze Zeit, es gibt jetzt gerade einen neuen Adapter, Klinke auf Lightning von Belkin und Co. im Apple Store. Ja, aber Klinke wollen wir ja nicht. Der Sennheiser hat doch einen Klinke. Nee, der hat eine USB-Soundkarte drin. Der hat einen analogen, also der hat drei Wege rein. Das hat auch Klinke. Ja, aber wollen wir nicht. Kein Fall. Okay, 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 aber... Nee, der Kopfhörer hat drei Wege rein. Entweder Bluetooth, auf dem iPhone nur SBC, was der Scheiße-Codec ist, und auf dem Mac und auf dem Android-Aptics. Und dann ist es okay. Und auf dem USB-Soundkarte kann er sein und dann meldet er sich an als zwei Kanäle rein und einer raus fürs Mikro auf dem Mac. Und er kann analog einfach Klinke rein und fertig. Das Kabel ist ein bisschen kurz, das ist mehr für die mobile Nutzung gedacht. Das ist mit einem Mac auf dem Tisch schon fast an der Grenze für zu kurz. Aber der macht so ein bisschen Noise-Canceling drauf, immer wenn er an ist. Du musst ihn also einschalten und der Akku hält ewig, ist gut. Der hat so eine Lautstärke-Wippe auf dem rechten Ohr, was auch okay ist, was auch entsprechend die Lautstärke auf dem Gerät dann ändert. Das einzige Ding ist, er ist gerade so in manchen Betriebsmodi ein bisschen zu leise auf der maximalen Lautstärke. Also es ist schon laut genug und man sollte wahrscheinlich auf Dauer auch nicht recht viel lauter hören, aber alle anderen Kopfhörer, die ich bisher so gesehen habe, die gehen lauter. Und in manchen Betriebsmodi geht der auch ein bisschen lauter. Der geht nämlich manchmal am Bluetooth einen Tick lauter als an dem USB-C zum Beispiel. Okay. Das ist ein bisschen komisch, aber man sollte den wahrscheinlich auch nicht wesentlich lauter fahren, als was er dann in der lautesten Einstellung macht, weil dann gehen einem die Ohren kaputt. Wenn man aber schon so ein bisschen schlecht hört und sowieso einen Tick lauter braucht, dann vielleicht ist das auch nicht der allerbeste in dem Fall. Okay. Er hat leider keine App, mit der man irgendwie EQ oder solche Settings einstellen kann. Der ist so, wie er ist. Ich hätte jetzt auch nicht gesehen, dass es da Firmware-Updates gäbe. Die neueren Sennheiser, die haben eine Companion-App und dann kannst du Sachen einstellen. Es gibt ja auch die Momentum True Wireless Ohrstöpsel, die kannst du mit der App irgendwie verwalten. Aber den älteren hier nicht. Der war ja damals bei 400 Euro ungefähr oder 350 oder sowas. Und ich habe den jetzt halt recht günstig für knapp über 100 bekommen. Das ist natürlich nur sehr wenig Geld. Und damit kann ich jetzt auch die ein, zwei Einschränkungen leben. Und ich will den auch nicht draußen am iPhone benutzen. In den meisten Fällen zumindest nicht. Oder es ist dann auch wurscht, wenn es nur SBC ist, weil dann ist es nur ein Podcast und dann egal. Und du hast all diese Assistants nicht, die niemand will. Genau. Ich will keine Assistants und die sind da auch gar nicht erst drin. Du kannst mit dem Ding telefonieren und es neigt dazu, sich, wissen schon, das Bluetooth an sich zu reißen, wenn ein Anruf kommt. Also das ist manchmal so ein bisschen komisch, wenn, wie war das denn? Das war mit einem iPad gekoppelt und theoretisch auch mit meinem iPhone gekoppelt. Dann kommt ein Anruf rein und das iPhone greift sich das Headset von dem Sennheiser. Was macht das bei dir da? Ich versuche gerade das mit dem NFC zu pairen. Und wie läuft das? Er sagt Pairing. Ach so, falsch. Falsch. Ah. Ja. Okay, das hat hervorragend funktioniert. Gut. Connected. Connected. Sie spricht ein bisschen mit dir, so Power on, Power off, Volume max, sagt sie manchmal. Ah, ich war gerade ein bisschen irritiert, ich gerade gleichzeitig einen anderen Podcast auf den Ohren hatte und gerade irritiert war, wer jetzt hier noch spricht. Ja. Und wenn man den günstig herbekommt, ist der auf jeden Fall ein sehr nettes Ding. Die Verarbeitung ist hervorragend. Die Schachtel ist ein Träumchen und die Tragecase ist relativ fett, aber den kann man halt nur so zusammenfalten und mehr geht halt nicht. Und entsprechend fett ist auch das Case. Aber für den Preis und ihr braucht nicht fragen, wo ich den her habe, der ist halt irgendwo rausgefallen, nicht wahr? Irgendwo runtergefallen? Nein, rausgefallen. Naja, da waren so zwei Rabatte aufeinander und das wird es jetzt wahrscheinlich schon in nächster Zeit auch nochmal geben, weil da halt auch neue Modelle nachkommen, dann fallen die alten Modelle runter. Die Alternative zu dem, die ich mir angeschaut hätte, wäre halt der Bose QC35-2, der fällt jetzt langsam raus. Ja. Und der kommt jetzt auch so auf die 200-Euro-Marke zugesteuert und der, bei dem ist wohl das Noise-Canceling noch einen Tick besser und der unterstützt wahrscheinlich auch AAC oder nicht? Kannst du auch nochmal nachschauen. Ich glaube, bei Bose war es so, ja, im Moment. Ja, auf jeden Fall, der trägt sich gut, der hat die drei Wege rein, der ist sehr toll verarbeitet und sehr nett, also für den Preis allemal einen Blick wert. Also die Lösung der Frage ist, QC35 macht nur AAC und SBC, also der macht überhaupt keine Optics. Ja, also ist der vielleicht für die iPhone-User die bessere Wahl. Je nachdem, also wenn ihr halt irgendwie den Hi-Fi für Musik haben wollt. Was? Ich habe nur nochmal aus Versehen Sony gesagt. Du kannst auch den Sony kaufen, wenn er auf deinen dummen Kopf draufpasst. Ja, dann immer den Sony kaufen. Auch Bedenken bei Herrschaften mit dünnerem Haar. Manche von den Kopfhörern, die machen auch so Sachen mit der Haut und das ist dann nicht schön. Zum Beispiel der Sony. Okay. Der hier hat. Kannst du den Sony nicht einfach Kopfhörern mit Dick-Vaseline einschmieren? Der hier hat für Leute mit den Haaren, hat der so ein Belüftungsloch nach oben. Sehr praktisch. Kann ich sehr empfehlen, Leo. Ja. Okay. Ja, ist gut. Ja, die Sony ist die, wie heißt das aktuelle Modell? 1000XM3. 3. Den kann man wohl auch nehmen. Wie gesagt, die Bügelform ist ein bisschen komisch, aber für viele Leute scheint er zu passen. Und der hat halt diese Features, die man unterwegs ganz gut brauchen kann mit verschiedenen Modi, welcher Sound jetzt durchkommen soll und welcher geblockt wird. Und du hast diese Sachen mit Hand draufhalten und Mikro geht auf und solche Sachen. Also da kann man einiges, hat ein paar mehr Funktionen, die ich jetzt alle nicht brauche. Ja. Der Bose kommt halt jetzt in neu. Genau, der Bose, der hat jetzt irgendwie Smart und Assistent und Fu drin. Surround und AR-Sound und Humbug soll weggehen. Und dann kommt halt einer in irgendeine AirPods-Over-the-Ear-Variante vielleicht noch demnächst. Aber das ist dann, wenn, dann später im Jahr erst. Ja. Gut. Ich mache Links zu den Sennheiser, zu den Bose und zu den Sonys in die Shownotes. Die könnt ihr euch mal klicken und anschauen. Ähm, die sind, was kostet Sony? Gibt es da die alten Versionen noch? 52 Jahre gibt es auch noch. Also lohnt sich, lohnt sich aber nicht. Also es sei denn, man findet ein wahnsinnig gutes Angebot. Also 1000X bitte nicht mehr kaufen, weil grundsätzlich klingt weiterhin noch gut. Aber da hatten wir das Problem, dass er so nach einem knappen Jahr angefangen hat, so manchmal in den Scharnieren ein bisschen zu knarzen. Da lohnt sich der Preis. Und das steht zum XM2 auf keinen Fall. XM2 ist da einfach besser. Wenn man den XM2 nicht viel, 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 viel billiger bekommt als den XM3, würde ich tatsächlich den XM3 nehmen. Der hat ein bisschen besseres 1C und ist nochmal ein bisschen, ein bisschen, ein kleines bisschen ausgereifter geworden. Klingt nochmal ein bisschen besser. Ähm, genau. Und von daher, von daher würde ich den nehmen, wenn es sei denn, das sind irgendwie 100 Euro Unterschied, dann kann man auch den XM2 nehmen. Ich habe immer noch den XM2 jeden Tag dabei und bin damit weiterhin sehr glücklich. Mhm. Jo. Gut. Links in den Shownotes könnt ihr klicken und dann euch mal anhören. So. Wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Vielen Dank.